Das war mal ne doofe Stelle zum Trinken, wie die... Schau mal! Schau mal! Schau mal! Ah! Ah! Ah, jetzt komm ich wieder rauf. Aber ich würde mich nicht bewegen. Aber ich schicke die ganze Zeit runter. Und komm wieder rauf. Ja, aber jetzt wird's dir dann gleich ganz kalt und nass bitte auch. Da vorne, Mann. Feuer ich denke, mach. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss bis am Morgen liegen, dann geht's wieder. Ah, hier kann ich... hier kann ich nicht trinken. Du kannst auch auf den Treppen... Ja, jetzt ist klar. Das ist ja dummes Zeug war da so. Im Wasser kann es halt passieren, dass du deinen Rucksack verlierst, gell? Ja, wie spiel's denn? Ich spiel's mal an Trinken, ne? Ja, ich seh das so. Kommt unter Wasser. Ja, hör, hör, hör... Oh, jetzt, jetzt, jetzt komm ich nicht mehr rauf. Jetzt hab ich, jetzt hab ich einen Käse. Ja, ich spiel's mal, ich geh mal hier in die... Wieso kann man hier nicht schlafen? Das ist ja ein komischer Boden hier. Und Micha, wo bist du? Ja, ich denke mal, ich geh kurz raus. Das ist gar nicht... Also, was haben wir hier? Micha, in welcher Ecke tobst du rum? Vom Airfield? Haha, haben wir uns gedacht. Haben wir vorhin schon gesagt. Merkst du an unserem Lachen, was wir machen? Wunding macht ihr anscheinend, ja. Wieder zum Meiden, ja. Ja. Michael, das sieht nicht gut aus, was du da machst. Na, jetzt bist du weg. Quatschlicher, äh... Josef. Ja, ich bin da zurück, und ich bin wieder am gleichen Ort. Ja. Ah, Jas, ich bin raus! Äh, ich bin, ich bin, ich bin raus! Was? Ja, jetzt bist du draußen. Haha!